Man nimmt hier immer Ideen mit, man tauscht sich mit anderen Dozierenden aus und man intensiviert natürlich auch die Zusammenarbeit, die wir bei der Kursentwicklung brauchen. Das heißt, wir haben hier gemeinsam die Chance, dann über das ein oder andere Mal auch in lockerer Atmosphäre zu reden. Und so ist es eine Weiterbildungsveranstaltung, die viel Know-how ermittelt und gleichzeitig auch Spaß macht. Und der Blick über Zürich, der lohnt sich immer hier in der Gleis Arena. Das ist der Grund, warum man 22 auch dabei sein sollte. Ich hoffe, wir können auf euch zählen. Wir sind für euch da.